Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Rage gehen, Fight for Desire von Rose Bloom. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes möchte ich erst mal ganz kurz der Autorin danken, denn ich durfte dieses Buch vorab als Testleser mitlesen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und vielen Dank an Rose an dieser Stelle. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, Rage im Vorfeld zu lesen und ja, ich erkläre euch jetzt erst mal ganz kurz, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Sean und Sean, sein Spitz- und Kampfname ist quasi Rage. Und Sean ist Mixed Martial Art Kämpfer und das aus tiefster Leidenschaft und aus tiefstem Herzen. Und er hat quasi sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Sein Vater war professioneller Boxer und er ist quasi mit diesem Ganzen schon aufgewachsen. Und ja, hat halt quasi auch nichts anderes in seinem Leben gelernt. Und jetzt ist es so, dass Rage auf dem Weg ist zur Weltmeisterschaft. Er hat nur noch ein paar Kämpfe, die er kämpfen muss, um halt an sein Ziel zu gelangen und Weltmeister zu werden. Und dann ist es so, dass er eines Tages auf Lauren trifft. Und Lauren wirkt in der Situation, wo die beiden sich begegnen, ziemlich, ziemlich fehl am Platz. Der Akku blinkt. Verdammt. Moment. So, der Akku ist gewechselt. Wo wart jetzt Lauren und Sean? Genau. Und Sean trifft dann eines Tages auf Lauren in einer ziemlich doofen Situation. Und Lauren wirkt da ziemlich, ziemlich fehl am Platz. Und er möchte ja eigentlich nur helfen und sie wehrt das komplett ab. Sie verzichtet dann halt auf Shans Hilfe und muss dann alleine mit dieser Situation klarkommen. Beide begegnen sich dann natürlich in dieser Geschichte wieder. Und Lauren wird quasi neue Physiotherapeutin von Sean und begleitet ihn dann quasi in seiner Wettkampfphase. Und natürlich prickelt es zwischen den beiden auch. Doch Sean hat irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit. Und so nah, wie er Lauren manchmal sein möchte, so weit stoßt er sie dann auch wieder von sich. Und sie weiß wirklich nicht so richtig, was sie von ihm halten soll, was sie von seiner ganzen Art halten soll. Und hält ihn deswegen auch auf Distanz. Und ja, dann passiert wie immer natürlich noch ganz viel in dieser Geschichte. Und ob die beiden am Ende eine Chance haben oder nicht, das ist es, worum es im Endeffekt in dieser Geschichte geht. Zur Handlung von diesem Buch kann ich nur sagen, dass die mir wirklich sehr gefallen hat. Ich mochte das Ganze, wie das Ganze erzählt wurde. Ich mochte die Hintergründe der Charaktere total gerne. Denn natürlich ist es nicht nur so, dass es in... Natürlich ist es so, dass in dieser Geschichte vorrangig um Sean und Lauren geht. Aber die beiden haben natürlich eine Vergangenheit. Und die spielt dann gerade bei Lauren noch eine große Rolle mit in dieser Geschichte. Von der anderen kann ich nur sagen, dass mir das Buch richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich mochte es total. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Lauren wirklich toll fand. Also ich mochte sie. Sie ist eine sehr selbstsichere Frau. Sie geht selber ihren Weg. Sie möchte auch nicht unbedingt auf männliche Hilfe angewiesen sein. Deswegen ist sie halt Sean auch in dieser ersten Situation dann natürlich fortschickt und sagt, tü tü, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Und ja, das mochte ich an ihr auf jeden Fall total. Und ich konnte sie gut verstehen in diesem Bezug auf Sean, dass er mit seinen Wechselbad der Gefühle, heute heiß, morgen kalt, dass sie da auch selber nicht wusste so richtig, was sie mit ihm anfangen sollte, konnte ich total nachvollziehen, wäre mir in der Situation genauso gegangen. Ansonsten kann ich sagen, dass mir die Handlungsweisen von Sean an ein, zwei Stellen ein bisschen zu viel waren. Also für mich jetzt persönlich, da fand ich es ein bisschen einfach zu viel, ist er da in die eine Richtung geschlagen oder die andere. Das macht ihn für mich in dieser Situation ein bisschen unsympathisch. Aber ja, war jetzt nicht jetzt im Endeffekt für die ganze Geschichte hochdramatisch, sondern halt nur für die jeweilige Situation ein bisschen doof. Ansonsten kann ich dir sagen, dass wir uns vom Setting her hier in Amerika befinden. Wir befinden uns in Atlanta. Also am Anfang der Geschichte sind wir nicht in Atlanta, aber später in Atlanta. Und das hat natürlich auch seinen Grund. Und ich muss sagen, dass ich das ganz, ganz toll fand, wie das Ganze beschrieben wurde. Ich kam mit dem Setting super zurecht. Rose hat es da echt dieses Mal geschafft, dass ich richtig gutes Kopfkino beim Lesen hatte. Ich bin da über keine Szene gestolpert. Ich bin über keine Handlungsweisen der Charakteren gestolpert oder über irgendwas. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich kann nur sagen, dass es für mich jetzt persönlich, glaube ich, das beste Buch ist, was ich bisher von Rose gelesen habe. Ich mochte es total. Ich fand, wie gesagt, die Geschichte von Lauren und Sean richtig, richtig gut. Ja, mehr kann ich zum Setting eigentlich auch nicht sagen, außer, dass ich es gemocht habe, dass ich es gut fand. Und ja, das Ende ist richtig, richtig fies. Also das ist ein richtig gemeines, fieses Ende in der Geschichte. Und ich habe nur gedacht, so what? Nein! Mein Fazit ist, dass Rage eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte ist. Mit einem coolen Ansatz, mit einem testosterongesteuerten Ansatz, mit diesem Mixed Martial Arts Camp von da. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das Buch total. Und kann es euch, was das betrifft, auch nur empfehlen, wenn ihr Bock auf Liebesromane mit ein bisschen Erotik habt. Also das steht jetzt hier nicht im Vordergrund. Natürlich gibt es da diese Anziehung zwischen den Charakteren, aber das ist jetzt hier nicht jede zweite Seite. Na, ihr wisst schon. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wenn ihr Bock auf so eine Geschichte habt, schaut euch Rage Fight for Desire auf jeden Fall mal mit an. Das war meine kurze Buchvorstellung für Rage. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.